Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Viel Spaß auf unserem Ausflug. Ihr stellt euch jetzt alle in einer Reihe auf und dann gehen wir los. Und so halten wir an. Da muss irgendetwas im Weg sein. Ist alles okay, Miss Caroline? Oh Gott, starte den Traktor! Alles okay? Habt keine Angst. Wer kann mir sagen, wie man Fang spielt? Diese komisch aussehenden Menschen da, die sind dran. Hey, verpüßt euch! Wir haben Kinder hier draußen! Oh mein Gott! Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt! Was passiert da? Wir werden alle sterben. Ehrlich? Werden wir alle sterben, Miss Caroline? Nein! Die Zombies sind nicht wirklich echt. Wir sind ein Teil des Spiels. Das ist ein bisschen gruselig. Was machen wir, wenn wir uns gruseln? Welches Lied können wir singen? Wenn du fröhlich bist, ein Gatsche in die Hand. Wir können hier nicht unendlich lange hocken. Ich werde nirgendwo hingehen. Ihr seid viel größere Idioten, als ich gedacht hatte. Und ich halte euch sowieso für die dümmsten Menschen aller Zeiten. Mein Job ist es, euch zu beschützen. Wartet hier, bis ich zurückkomme. Wo ist Proxy? Proxy hat es nicht geschafft. Oh, Scheiße! Ein solches Verhalten ist echt inakzeptabel. Max hat angefangen. Max ist fünf Jahre alt. Und wenn sie nicht angemessen mit einem Fünfjährigen reden können, dann muss ich sie bitten, den Traktor zu verlassen und stattdessen am Bus auf uns zu fahren. If you're happy, it's all right! Wie geht's? Oh, ich bin direkt in eine Marmeladenschlacht geraten. Aber nicht kosten, okay? Alles klar! Willen! Untertitelung des ZDF, 2020